Regensburg, eine idyllische Stadt in Bayern. 148.000 Einwohner. Am Stadtrand ein Siedlungsprojekt, noch nicht abgeschlossen. Bei diesem Projekt soll es bei den Neubauwohnungen nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Eine Korruptionsaffäre beschäftigt die bayerische Stadt seit Monaten. Der Blogger Stefan Aigner berichtete als Erster über den Fall. Er betreibt eine unabhängige Online-Zeitung. Er gräbt Geschichten aus, die andere lieber nicht anfassen. Es war schon seit 20 Jahren auffällig, dass hier gewisse Entscheidungen in der Baubranche, dass da immer dieselben zum Zuge kommen. Dass es gewisse Ausnahmeregelungen und Vorteile für manche gibt. Und jetzt seit zwei Jahren sieht offenbar auch die Staatsanwaltschaft da drin ein Problem und ermittelt gegen den aktuellen Oberbürgermeister und dessen Vorgänger wegen Korruption. Ein Interview will uns Joachim Wollbergs, der suspendierte Oberbürgermeister, nicht geben. Aktuell darf er sein Amt nicht ausüben, gegen ihn wird ermittelt. Stefan Aigner berichtet immer wieder über die Nähe von Lokalpolitik und Bauunternehmern. Einer hat sich laut Staatsanwaltschaft davon erhofft, dass er bei der Ausschreibung einen Zuschlag für ein Grundstück kriegt, von dessen Bebauung er sich 26 Millionen Euro erhofft. Und er hat den Zuschlag für das Grundstück bekommen. Und just dieser selbe Bauträger soll laut Staatsanwaltschaft fast 500.000 Euro für den Wahlkampf des aktuellen Oberbürgermeisters gespendet haben. So die Recherche des Journalisten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Personen. Ein erstes Ergebnis, ein Bauunternehmer wurde bereits verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat hier gegen einige Personen bereits Anklage erhoben. Einer der beschuldigten Unternehmer hat auch bereits einen Strafbefehl akzeptiert. Er wurde wegen Bestechung und Vorteilsgewährung zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. Stefan Aigner ist fest davon überzeugt, dass es noch weitere Fälle gibt. Der Lokaljournalist ist vor Ort gut vernetzt. Zufällig trifft er einen ehemaligen Bürgermeister, der von Gerüchten über Korruption schon seit Jahren wissen will. Galt jedenfalls so, dass da im Baubereich eben irgendwie dieses und jenes und jenes, ob das nun Freunderwirtschaft war oder ob Geld geflossen ist, das hat keiner genau gewusst. Es ist über Immobiliengeschäfte eben geredet worden, auch geschrieben worden und so weiter und so fort, wo bestimmte Leute beteiligt waren. Das war immer irgendwie die Rede. Der Stadt geht es gut, die Wirtschaft wächst, es gibt kaum Arbeitslose. Nachfrage im Rathaus. Treffen mit dem Personal- und Verwaltungsreferenten. Sein Standpunkt, der suspendierte Oberbürgermeister sei unschuldig, solange er nicht verurteilt ist. Regensburg ist überhaupt nicht korrupt, beziehungsweise wohl genauso wenig oder viel wie viele andere Kommunen in Deutschland. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie und da ist es besonders wichtig, dass niemand korrupt ist in der öffentlichen Verwaltung. Stefan Aigner bleibt weiter kritisch. Im Herbst beginnt der Prozess gegen die Beschuldigten. Er glaubt, dass sich das Verfahren noch über Jahre hinziehen kann. Sie sehen uns nicht mehr. Vielen Dank.